Hallo, hier ist wieder Dirk Grünberg mit der heutigen Frage des Tages. Lieber Dirk, ich habe gesehen, dass Sie auch Pferde bzw. Ponys haben. Vertragen sich alle Hunde mit Pferden? Vom Prinzip ja, Hunde können sich mit Pferden vertragen und eigentlich können sich auch alle Hunde mit Pferden vertragen, weil es ist ja gerade die Besonderheit der Hunde, dass sie mit einer anderen Art zusammenleben können und sich mit der arrangieren und genauso wie mit den Menschen geht es natürlich auch mit Pferden. Aber die Hunde sollten idealerweise auf Pferde geprägt sein, das heißt gleich mit denen zusammen aufwachsen, also schon wenn sie Welpen sind, mit denen zusammenkommen, ein bisschen Respekt auch lernen, weil so ein Pferdehuf, jetzt nicht unbedingt von denen, aber vom richtigen Pferd, ist eben auch ganz schön gefährlich und deswegen ist es gut, den Hunden auch ein bisschen Respekt beizubringen. Und Hunde, Rassen, die sich besonders eignen? Ja, wir hatten so eine ähnliche Frage schon mal. Es gibt eigentlich zwar richtige Pferdebegleithunde, sozusagen, die eigentlich zum Reiten erfunden wurden. Im Moment weiß ich aber, dass Jack Rasse sehr, sehr beliebt sind zum Ausreiten. Oder bei den Westernreitern sind das die, die Australien Shepherds, zum Beispiel. Aber ich denke, es ist völlig egal. Der Hund sollte vielleicht nicht zu jagdverrückt sein, also ein Husky vielleicht nicht unbedingt, weil der versuchen könnte, das Pferd zu jagen. Wenn er mit dem Pferd aber aufwächst, dann auch nicht. Und vielleicht ein etwas ruhiger Hund, also ein, der nicht so viel kläfft, weil ich mir vorstellen kann, dass das Pferd dann auch genervt ist. Wenn man dann einen kleinen Schnauze hat, der die ganze Zeit nur ankläfft, dann ist es vielleicht nicht so schön für das Pferd. Also einen, der laufen kann und aber auch nicht zu temperamentvoll ist.